Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cookings. Hier in meinem Dutch Ofen seht ihr ein leckeres Bierfleisch. Was Bierfleisch ist, wie wir das genau machen und was wir dafür alles brauchen, seht ihr alles jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, sicherlich habt ihr festgestellt, ich bringe nicht mehr so viele Videos raus wie noch Ende 2019. Das hat den folgenden Hintergrund, ich habe seit Januar einfach wieder ein neues Beschäftigungsverhältnis. Und ja, wenn man halt in der neuen Arbeit ist, dann ist das einfach so und da steht eben das Hobby dann eben ein bisschen hinten an. Nichtsdestotrotz möchte ich weiterhin dafür sorgen, dass ihr neue Videos bekommt, zumindest einmal in der Woche. Und deswegen haben wir gesagt, heute machen wir ein schönes Bierfleisch und was wir dafür alles brauchen, das schauen wir uns jetzt im Einzelnen einmal an. Prinzipiell sind es gar nicht so viele Zutaten. Wir haben hier einmal einen Schweinenacken, dann haben wir hier einiges an Zwiebeln, das ist fast ein ganzes Kilo. Wir haben ein Bier, wie soll es anders sein beim Bierfleisch? Wir brauchen Salz, etwas Pfeffer, dann haben wir hier saure Sahne, etwas Butterschmalz zum Anbraten. Dann haben wir hier Senf, braunen Zucker, wir brauchen Tomatenmark und zum Würzen von dem Ganzen haben wir hier den sehr, sehr Wild-Rub vom Beef Buddy. Und hier haben wir noch ein bisschen Pedersilie und das war es dann auch im Großen und Ganzen. Also gar nicht so viel, was wir heute alles brauchen und wenn ihr es trotzdem genau wissen wollt, findet ihr unten in der Infobox, wie immer. Und wir starten jetzt obligatorisch mit unseren Vorbereitungsarbeiten. Im ersten Vorbereitungsschritt werden wir uns unseren Schweinehals hier einmal schön in der Mitte halbieren. Ich habe jetzt hier ein kleineres Stück genommen, nur ein Kilo, das langt heute für uns, weil sonst bleibt wieder ewig viel übrig. Und das werden wir uns einmal erstmal halbieren. Die Hälften werden dann noch jeweils einmal halbiert. Und dann schneiden wir uns so schöne, gute, eineinhalb bis zwei Zentimeter große Scheibchen hier raus. Wenn das Fleisch dann in solche schönen kleinen Scheiben geschnitten worden ist, werden wir uns das alles mal hier in eine Schüssel geben. An sich könnte man das Fleisch jetzt richtig schön mit Rub oder irgendeiner Gewürzmischung mischen. Aber ich werde das heute nicht machen, denn das Fleisch müssen wir dann sehr stark anbraten, dass wir da schöne Röstaromen dran bekommen. Und wenn man da schöne, gute, frische Gewürze hintut, würden die Gewürze alle nur verbrennen. Deswegen nehmen wir uns einfach nur ein bisschen Senf und geben den hier dazu. Wir würzen das Ganze mit ein bisschen Salz. Und das war es für das Erste an Würzerei. Und dann wird das Ganze hier jetzt einfach einmal schön durchgemengt, dass überall am Fleisch ein bisschen Senf klebt. Die Marinierzeit muss hier auch gar nicht so lang sein. Das langt, wenn man es jetzt einfach ein bisschen hier durchziehen kann, so lang, bis unsere Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sind. Und dann geht es auch schon an den nächsten Schritt, dass wir unsere Zwiebeln schneiden. Die Zwiebel wird nur geschält, einmal in der Mitte halbiert. Und mit so einer schönen Reibe werden wir uns dann so schöne kleine Streifen rausschneiden. Als letzten Vorbereitungsschritt haben wir dann noch einen Bund Petersilie. Und den werden wir uns auch einfach bloß schön klein hacken. Das war es auch schon an Vorbereitungsarbeiten. Und dann heißt es warten, bis unsere Kohlen durchgeglüht sind. Und dann sehen wir uns an der Feuerstelle drüben wieder. Dann möchte ich noch ganz schnell das Setup vorstellen. Wir haben als Hitzequelle unsere Greek Fire Kohlen und als Bratgefäß dient heute die DOS Q4. Das ist die Kassenform von Barbecue Toro. Normalerweise für Aufläufe gedacht, aber eben auch für so kleine Schmorgerichte wie heute. Perfekt und ausreichend. So sieht die aus. Ich werde euch unten in der Infobox auch verlinken. Und dann starten wir los mit unseren Kohlen. Zubereiten werden wir das Ganze heute wieder auf meiner Feuerplatte. Ihr kennt das Ganze jetzt schon mittlerweile. Also wir haben einfach unsere Platte hier in der Mitte. Da zieht die Luft schön durch von unserem Loch aus der Feuerplatte. Und fächert die Kohlen immer schön an, dass da einfach schön Schub da ist. Und auf unserem Pfannenknecht, den wir heute hier brauchen, gehen wir dann in unsere Kastenform und lassen die erstmal schön aufheizen. Hier geben wir jetzt eine großzügige Menge Butterschmalz hinein und lassen den erst einmal schön schmelzen. Und bewaffnet mit einer Temelzerzange werden wir anfangen, unser Fleisch hier schön portionsweise kräftig anzubraten. Und das Schöne bei unserem Nacken ist einfach das, wenn wir das jetzt anbraten und es ist noch nicht so viel Hitze da, das macht auch nichts, wenn es ein bisschen länger brät, denn Nacken ist ja ein sehr dankbares Fleisch und wir werden euch auch, wenn ihr das jetzt zu lange beim Anbraten drin habt, nicht gleich trocken und bleibt euch immer super saftig. Nach einer guten Zeit werden wir anfangen, unsere Fleischstücke hier einfach mal schön umzudrehen. Die haben dann schon schön Farbe gekriegt. Und das Spielchen werden wir jetzt so lange machen, bis unser Fleisch hier einmal komplett durch angebraten ist. Wenn unser Fleisch dann schön durchgehend angebraten ist, werden wir das jetzt einfach hier mal herausnehmen. Also ich hoffe, ihr könnt das schön sehen, unseren Bratensatz, den wir hier haben. Und den werden wir uns jetzt dann herauslösen. Auf jeden Fall werden wir da beginnen, dass wir jetzt unsere Zwiebeln dazugeben werden. Da kam noch die Info von meiner Frau, da liegt noch eins, das nehmen wir natürlich weg. Und dann geben wir unsere Zwiebeln dazu. Und unsere Zwiebeln versuchen wir jetzt einmal weitestgehend glasig anzuschwitzen. Die werden natürlich unten den Bratensatz dementsprechend auch annehmen. Deswegen kann es passieren, dass die braun werden. Das ist aber nicht, weil die jetzt verbrennen, sondern eben, wie gesagt, weil sie den Bratensatz annehmen. Damit unsere Zwiebeln auch schön karamellisieren, werden wir jetzt hier gleich unseren braunen Zucker mit dazugeben. Die Zwiebeln werden dann schon langsam glasig und wir werden jetzt einfach hier in der Mitte ein bisschen Tomatenmark hineingeben und lassen das hier schön leicht ein bisschen mit anschmurgeln. Und nach ein paar weiteren Minuten werden wir dann jetzt alles schön mit unserem Bier ablöschen. Das waren jetzt mal gute 200 Milliliter. Und mit dem Bier sorgen wir jetzt dafür, dass auch wirklich der Rest von unserem Bratenansatz hier rausgelöst wird. Das werden wir jetzt aufgießen. Da kann man ruhig die komplette Flasche rein. Dann haben wir 500 Milliliter an Flüssigkeit. Da wird natürlich auch noch einiges verdampfen und recht viel mehr brauen wir dann auch heute nicht. Wir haben ja noch nichts gewürzt und deswegen werden wir jetzt hier unser Gewürz vom Beef Party drauf geben. Das ist der Sehr Wild Rub und da sind Sachen drin wie Koriander, wie Wacholder, Thymian, Rosmarin, Pfeffer, Pimentel, Lorbeerblätter. Und da geben wir einfach mal eine großzügige Menge hier mit dazu, dass wir da auch ein schönes Geschmack zusammenbringen. Dann geben wir jetzt noch unser angebratenes Fleisch wieder hinzu. Natürlich mitsamt der Bratensaft, der hier ausgetreten ist. Schauen, dass das Fleisch schön bedeckt ist. Dann geben wir jetzt unseren Deckel noch drauf. Unter Beobachtung lassen wir das Ganze jetzt für gute eineinhalb Stunden jetzt schön vor sich dahin schmoren, auf leichter Hitze. Sollte die Flüssigkeit zu wenig werden, könnt ihr noch ein bisschen Bier nachgießen, ihr könnt ein bisschen Brühe nachgießen oder Wasser, ganz wie ihr mögt. Und wir sehen uns dann später einfach wieder, wenn wir das Ganze dann verfeinern werden. Willkommen zurück. Wie ihr seht, ich bin jetzt reingewandert. Draußen ist es dunkel geworden. Das Regnen hat angefangen. Ich habe mir gedacht, ich mache mir jetzt nicht die Mühe und baue da draußen Beleuchtung auf, wenn ich dann auch noch pitch nass werde. Wir müssen nicht mehr viel machen. Wir müssen eigentlich nur noch unser Töpfchen hier vollenden. Und wir werden jetzt auf jeden Fall zuallererst einmal hier reinschauen. Und wer hätte es gedacht, was draußen auf Kohle blubbert, blubbert auch hier drin auf dem Herd. Und so sieht unser Bierfleisch jetzt mittlerweile aus. Und der Duft, Freunde, ist unglaublich. Also warum Bier trinken, wenn man es auch essen kann, ist natürlich völliger Quatsch. Aber hier werden wir jetzt noch ein bisschen zur Verfeinerung ein bisschen saure Sahne mit rangeben. Da nehmen wir jetzt mal so einen halben Becher ungefähr. Geben noch unsere klein geschnittene Petersilie mit hinzu. Und das werden wir jetzt alles hier mal schön unterrühren. Und es sieht unglaublich geil aus, Freunde. Ich habe das Ganze jetzt schon mal kurz probiert. Und da gehört noch eine Menge an Salz dran. Ich habe eigentlich gedacht, der Senf, der macht das Ganze würzig genug. Aber vom Senf ist nicht mehr viel zu schmecken. Und mit dem Salz gewürzt lassen wir das Ganze jetzt mit Deckel nochmal gute 5 Minuten schön gemütlich dahin köcheln. Und dann sollte unser Essen fertig sein. Ich werde mir in der Zwischenzeit ein paar Spätzle noch aufwärmen. Und dann werden wir anrichten und probieren. Und dann haben wir es auch endlich geschafft. Wir geben uns hier ein paar Spätzle auf unseren Teller. Die sind heiß. Und über die Spätzle kommt dann eine ordentliche Portion von unserem Bierfleisch. Freunde, das wird ein Gedicht. Und so sieht es dann am Ende aus. Dann geben wir nochmal frische Petersilie drüber. Und dann werden wir uns das Ganze schmecken lassen und probieren. Dann probieren wir das Ganze auch. Ich bin mega gespannt. Ich habe einen mega super Austritt. Und in diesem Sinne, guten Appetit. Also Leute, ich kann euch nur sagen, esst es nicht. Probiert es niemals nachzumachen. Es schmeckt überhaupt nicht. Ist natürlich völliger Quatsch. Bier heißt einfach nur, wow und mega geil. Geschmackserlebnis vom feinsten Biergenuss plus Zwiebeln. Das alles richtig schön ausgekocht. Butter, weiches Fleisch dazu. Ein paar leckere Spätzle. Also ein absolutes Krachergericht. Sieht nicht nur verdammt gut aus, sondern es schmeckt auch definitiv so. Von den Gewürzen haben wir hier alles super getroffen. Hat so einen richtig leichten Wildtouch durch das Gewürz, was wir vom Beef Party eben dazugegeben haben. Es ist zwar kein Wildfleisch drin, aber hat trotzdem so eine leichte Wildnote. Und das gibt dem Ganzen so einfach einen richtig schönen Flair, einen schönen Touch. Gefällt mir mega, mega geil. Das Finish zum Schluss mit der sauren Sahne. Auch nochmal hast du richtig schön einen heramigen Geschmack nochmal mit dabei. Also in Summe einfach wieder mal ein Gericht in Perfektion. 100% Nachmachempfehlung von mir. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Und da ihr jetzt keine Lust habt, dass es wieder kalt wird und ich euch eh noch zusabbel, wie geil das ist. Ich sage euch, probiert es selber aus und ich komme in dem Sinne dann auch zum Schluss. Ich hoffe, das kleine Bierfleisch-Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mal einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr nur keine Abonnenten sein. Hier drüben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich sage danke fürs freundliche Zusehen. Euer MacAllister. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.